Yo, kennt ihr diesen Beepdoor Entertainment Moment, wenn ihr eine alte Aufnahme vom April gefunden habt, die nicht für YouTube geplant war und Offstream passiert ist? Ich bedanke mich hier nochmal recht herzlich bei Sony Vegas, welches tausendmal beim Monte vs. Biba Video abgestürzt ist und mich so getiltet hat, dass ich einfach ein Case öffnen musste. Beachtet bitte nicht das Schmatzen. Danke dafür. Love Renderbugs. Nee! Das gibt's nicht. Das gibt's nicht, ich hab sie einfach geöffnet ohne Reason. Jungs, zwei Knives. Jungs? Hallo? Ich hab grad wieder ein Knife geöffnet. Einfach so. Was? Echt jetzt? Ich hab grad einfach Boreal-Knife-Dings aufgemacht. Ich hab wieder ein Knife. Was für eins? Du bist B. Ja, wieder so ein Boreal-Forest. Aber Jungs, es kann doch nicht sein. Ich hab einfach eine Kisse aufgemacht. Ich hab einfach eine Kisse aufgemacht. Wenn du euer hast, machst du noch einen auf. Wenn ich jetzt wieder ein Knife ziehe, dann ich geh auf. Tatsache. Boreal-Alter-Leil. Das gibt es nicht, Junge. Will der Phantom Lord einen nicht trollen? Der verkauft auf OP-Skits immerhin 20 Cent. Ja. Ich mach ja keinen Täter und Täter. Weil 12 Stunden ist das total genau so. Viele Patsche. Wenn du 12 Stunden echt hast... Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Was? Niemals! Nein. Nein. Nein, jetzt radier mich. Was hat der? Yes! Es ist Blumen! Es ist Blumen!